Das geht halt immer noch weiter, ne? Das ist ne richtig lange Mission, ey. Machst du draußen Besorgung? Tut mir leid, Doc. Ja, tiene novia. Ist vergeben. War klar. Die Hexe von Wizard Island. Bayakon Dios. Viel Glück, amigo. Gehen wir so. Was für ne Hexe, Alter? Normalerweise dulde ich kein Ungehorsam, eine Offizierin Hexe zu nennen. Doch es gibt Ausnahmen für meine exzentrischeren Offiziere. Ja, Sir. Ich mache Ausnahmen, weil jeder, der noch lebt, eine Rolle zu spielen hat. Glauben Sie an Gott, Sancho? Hab ne viel drüber nachgedacht, Sir. Tja, dann wird es höchste Zeit. Er hat einen Plan für uns. Uns alle. Und mein Part ist das. Was? Der macht einfach nicht weiter. Er bringt seinen fucking Satz nicht zu Ende. Dieser Ort. Ich hatte eine Vision. Nicht so großartig wie die im Alten Testament. Keine brennende Dornbüsche. Ich wachte einfach eines Morgens auf, bevor Gottes Plage über die Welt kam. Und wusste, dies ist der Ort. Rater Lake. Äh, Wizard Island. Ich nenne es die Arche. Kennen Sie die Geschichte von Noahs Arche? Ja, ich meine, ja, Sir. Ich meine, jeder, jeder kennt die da. In der Tat. Sie wären überrascht, wie wenige die Bibel oder die Offenbarung kennen. Sie meinen Genesis, Noahs Arche. Ich meine, das ist doch Genesis, Sir. Ja, natürlich. Gut, mein Sohn. Und jetzt zur Ausstattung. Was Sie meinen? Tja, wir haben nicht viele Uniformen, muss ich leider sagen, aber ich glaube, oh, hier, probieren Sie die. Fast ganz gut. Die nehme ich. Ah, lieber nicht. Das ist ein Geschenk von einem alten Freund. Ein alter Freund. Davon gibt es nicht mehr viele, nicht wahr? Nein, gibt es nicht. Okay, Soldat. Aber tragen Sie die bitte nicht. Sie gehören jetzt zu uns. Und eigentlich dienen neue Rekruten zunächst als Privates. Doch da Captain Curry Ihre Kampferfahrung bestätigt hat, erhalten Sie direkt den Rang eines Corporals. Herzlichen Glückwunsch, Sohn. Danke, Sir. So, und jetzt an die Arbeit. Corporal. Jawohl. Also gut. Wo war ich gerade? Sie, Sie sprachen über Ihre Arche, Sir. Ja, die Arche. Das hier ist nur ein kleiner Teil des Ganzen. Hinter uns liegt ein ganzes Netzwerk von Hüllen und Schächten, die bis zum Gipfel führen. Wenn wir hier fertig sind, werden Sie mit Samen, Pflanzen, Dateien und Büchern gefüllt sein. Die Welt mag sterben, doch unsere Errungenschaften in Medizin, Wissenschaft und Technik nicht. Nein, Sir. Aber die Insel ist mehr als die Arche, Corporal. Sie ist unser Vor, eine Festung. Hier am Nordtor lagern wir genug Munition, um den Kampf gegen die Freaks aufzunehmen. Wir haben Gewehre, Granaten, Maschinengewehre, Anzerfäuste. Und wir können selbst Munition herstellen. Jede Art, jedes Kaliber. Das ist der Bereich für unsere Mechaniker. Wenn Ihr Bike repariert werden muss, sind Sie hier richtig. Und, wie Sie sehen, können wir hier dank der alten Nationalgarde eine eigene LKW-Flotte aufbauen. Wenn die Highways von den Horden befeuert sind, bauen wir die Straßen und Brücken wieder auf. Ihre Strategie der Brandrodung stoppt Krabbler und Schwärmer, räumt aber nicht den Highway. Sie wird die Horden nicht stoppen, Sir. Wissen wir, Corporal. Die Horden, die Horden sind wirklich sehr speziell, nicht wahr? Aber wir haben einen Plan. Einen Plan, Sir? Ben Franklin sagte, indem Du Fehler in der Vorbereitung machst, bereitest Du Dich auf den Fehler vor. Wir machen keine Fehler. Das Herz der Armee schlägt hier, am Tor. Bereit auf mein Befehl zuzuschlagen. In diesen Zelten leben hunderte Menschen. Jeden Tag kommen mehr. Wie Sie. Und Sie schwören, Ihr Leben für den Kampf zu geben. Doch mit Ihnen habe ich andere Pläne. Eine Aufgabe, die mehr erfordert, als pures Überleben oder eine Waffe zu bedienen. Sind Sie bereit dafür, Sohn? Ja, Sir. Was immer Sie wollen. Sie möchten wissen, wie wir die Horde besiegen? Ich zeig's Ihnen. Beweg dich. Beweg dich, okay. Oh, bewegt dich, Bitch. Whoa! Oh, shit! Alles okay, Lieutenant? Oh. Hey, Colonel. Tut mir echt leid. Zu viel Aceton in der Mischung. Lieutenant Weaver ist unser Chemieingenieur. Er sucht neue Wege, um den Feind zu besiegen. Sorry. Aber, ja. Äh, ich heiße Weaver. James. St. John. Deacon. Ah. Dieses Milizzeug ist doch nur Show. Stimmt's, Colonel? Corporate St. John ist neu in Currys Einheit. Wenn Sie irgendwas von draußen brauchen, ist eher Ihr Mann. Oh, ja, klar. Hier, das brauche ich alles. Woran arbeiten Sie? Oh, an einem neuen Geliermittel aus Naftin und Palmitinsäure. Ah, Sie entwickeln Napalm? Ja. 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 Der Kerl kennt sich aus. War nur geraten. Verzeihen Sie die Störung. Oh, jederzeit. Oh, Colonel. Ich bin dicht dran, Colonel. Ganz dicht. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Wohin jetzt, Colonel? Hexe von Wizard Island? Das wäre alles, Lieutenant. Hexe von... Ist das vielleicht Sarah? Entschuldigen Sie meine exzentrischeren Offiziere. Schon gut, Sir. Noch ein letzter Halt. So sehr ich auch an Lieutenant Weavers Arbeit glaube, was Sie gleich sehen werden, könnte unser Weg zum Sieg sein. Hier rein. Also, was ist das? Ma'am. Ich habe alles vom Anforderungsschein. Glaubst du, dass wir es weichen wieder? Nein, ma'am. Okay, dann lies vor. Wirkstoffe, Chlor, Chlor oder Form und dann A, tap, tap, tap in. Hau ab. Hau ab! Matt, ich schaffe das nicht, wenn ich mich um alles selbst kümmern muss. Ich habe eine Lösung. Lieutenant Whittaker, das ist Corporal St. John. Ein neues Mitglied von Kuris Einheit. Er kennt sich da draußen ziemlich gut aus. Vorlesen. Was? Vorlesen. Ich meine, du kannst lesen, oder? Wirkstoffe, Chloroform, Arter, Pineol, Benzyl, Alkohol, Ethylacetat. Das heißt mir, wann kann er anfangen? Ich lasse sie allein. Weitermachen, Lieutenant. What? Das ist doch Sarah. Lass uns allein. Wir haben Sarah gefunden. Stillgestanden. Sarah. Echt? Nein. Du bist tot. Du bist tot. Du, du bist tot. Ich weiß, dass du tot bist. Hey, 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 hey. Du bist tot. Schon okay. Ich bin jetzt hier. Halt. Warte. Warte mal. Ich verstehe nicht. Ich habe dich gesucht. Du bist tot und ich... Nein. Wir wurden über... Usa und ich... Wir mussten nach Süden. Ja, Nero, sie fanden alle seinen Tod. Nein, ich fand auch Brian und ich fand ein Weg über die Bälle. Und ich dachte, dass ich dich nicht wiedersehe. Ich dachte, dass ich dich nicht wiedersehe. Nein. Hey, hey, hör zu. Jetzt können wir von hier weg. Wir fahren los und lassen alles hinter uns. Komm. Nein. Nein, Deacon. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Zwingen sie dich hier zu bleiben? Nein. Du verstehst das nicht. Wir führen Krieg. Siehst du das nicht? Und wir können ihn gewinnen. Ich bin nicht für einen Krieg hier. Ich kann nützlich sein. Ich kann was bewirken, aber... Ich kann hier nicht weg. Ich muss hier bleiben. Verstehst du nicht? Du kannst bei mir bleiben. Mir helfen. Pass auf danach. Was immer du willst. Wir fahren, wohin du willst. Der Colonel sucht sie. Wie sie wünschen werden. Halt einen Moment. Dein Anforderungsschein. Danke, Sundat. Krass, Jungs. Ein Krieg, den wir gewinnen können. Ach du Scheiße. Wizard Island. 100% bei Elch erinnere mich. Alles, was wir haben. Gesundheit's Cocktail. Okay. Heftig, Jungs. Sarah ist also hier. Und wir haben alles andere nicht mehr. Stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Stimmt. Und jetzt. alter feiter damit habe ich jetzt nicht gerechnet dass sie hier als offizierin arbeitet das ist interessant jungs ich werde jetzt mal hier ein bisschen nahkampf denke ich skillen was haben wir hier stiefelmesser kombos erhöhte chance auf kritische treffer oder die minierung um 25 prozent ja das ist sehr gut dann noch mal noch hier hochschalten wir brauchen nämlich stiefelmesser kombos weil unsere waffen auch öfters mal kaputt gehen können so überleben habe ich das nicht gemacht warum wird das nicht gespeichert die ganze zeit genau das ist eine schöne das ist sehr gut das ist es ist nicht gut kaputt ist schon und schauke 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 hier spricht weaver was kann ich für sie tun kaputt auf dem anforderungszeichen steht kwecksilber wissen sie wo ich das finde Ja, klar. Ich hätte es wohl aufschreiben sollen. Hey, du solltest nicht hier sein. Zinnober. Kuvis Einheit hat eine Mine nördlich vom Diamond Lake entdeckt. Fahr da hin. Funk mich an, wenn du da bist. Ja, Sir. Hey, mal unter uns. Wenn der Körbel nicht da ist, lässt du den Ja, Sir. Nein, Sir, Scheiß, okay? Sonst fühle ich mich so alt. Was ist denn, Scheiß, vor der Tür? Okay. Wir machen auch eine Nebenmission. Na gut, Boys. Ich würde sagen, das war es jetzt mal. Alter, Falter, Jungs. Das war echt krass, was ich hier in dieser Aufnahmesession alles mitbekommen habe. Das ist echt krass, ey. Ich habe niemals damit gerechnet, wie gesagt, dass Sarah hier eine fucking Offizierin ist. Beziehungsweise, dass wir jetzt für sie arbeiten. Aber wir hauen dann auf jeden Fall ab mit ihr. Ich werde jetzt erstmal hier ein paar Besorgungen machen. Alter, Buze. Das Gesichtsausdruck will ich sehen, dass fucking Sarah noch lebt. Die hat auch gedacht, dass wir gestorben sind. Und die hat sich eher Sorgen gemacht, dass wir tot sind. Und währenddessen haben wir uns Sorgen gemacht, dass Sarah tot ist, ne? Also wir haben sie überall gesucht und sie hat uns überall gesucht. Das ist eine krasse Liebe, meine Damen und Herren. Aber nichtsdestotrotz, meine Damen und Herren, war es das jetzt erstmal. Alter Falter. Ich habe richtig lange aufgenommen und ich habe bis jetzt keine Sekunde bereut. Weil sonst was... Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt gleich sogar weitermachen werde, weil ich eigentlich schon Lust habe. Aber ich brauche auf jeden Fall eine kleine Pause so ein bisschen. Weil ich denke, vier Stunden ohne Pause ist ein bisschen zu viel. Oder? So eine kleine Pause ist da, denke ich, schon drin. Wobei, ich habe eine kleine Pause davor auch schon gemacht. Aber, naja, man muss ja nicht immer übertreiben. Ne, man kann ja auch weiter zocken und dann... Na, auf geht's, Boys, Alter. Ich habe so richtig Lust. Naja, nichtsdestotrotz bis zum nächsten Aufnahmesession. Ja, ich werde euch wieder begrüßen. Naja, nichtsdestotrotz morgens nichts mehr. Tschüss.